Musik Herzlich Willkommen zum Sing&Share! Ich bin Kanita. Ich bin Paul. Und ich bin Lili. Und wir möchten euch für ein paar Minuten in eine Welt entführen, die nur christliche Sohne sind. Wir fangen an mit Dan Seltener, überzeugt. Paul, wieso bist du überzeugt, dass es einen Gott gibt? Also, wenn wir ein Problem haben, dann beten wir das. Und das, was wir gebetet haben, wird dann reintreffen. Und du, Lili? Bist du auch überzeugt? Ja klar! Hört selber das Lied, dann wisst ihr, wieso. Yeah! Hier bin ich mit der Gewissheit, dass ich angenommen bin. Es ist das Vorrecht, vor dich gerufen zu sein, mein Herr. Und du, Lili? 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 Bowman. Geh mir mehr Sicherheit Aufs Tatsache, dass du treu bist Treu bist Treu bist Treu bist Treu bist Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 In mir, ich bin überzeugt, dass du alles übertriffst und in dich vertrauen, vertrauen. Mit der ganzen Welt gibt mir mehr Sicherheit als die Tatsache, dass du treu bist, treu bist. Ich bin überzeugt, dass du alles übertriffst und in dich vertrauen, vertrauen. Mit der ganzen Welt gibt mir mehr Sicherheit als die Tatsache, dass du treu bist, treu bist. Ich bin überzeugt, dass du treu bist, treu bist. Ich halte fest an dir, halte fest an deinem Mund. Ich halte fest an dir, halte fest an deinem Mund. Ich halte fest an dir, halte fest an deinem Mund. Ich halte fest an dir, halte fest an deinem Mund. Ich 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 halte fest an deinem Mund. Und ich dich auch vertrauen, vertrauen mit der ganzen Welt Gib mir mehr Sicherheit, als Tatsache, dass du treu bist Treu bist, ich bin überzeugt, dass du alles überträgst Und ich dich auch vertrauen, vertrauen mit der ganzen Welt Gib mir mehr Sicherheit, als Tatsache, dass du treu bist Treu bist, treu bist So, wie hat euch das Lied gefallen? Von dem Zettner überzeugt Boah, bist du jetzt noch mehr überzeugt? Ja sicher, also das Lied, das wir jetzt haben, gehört und gehört, das trifft mir einfach zu Lili? Ja, wir haben jetzt vor, das Herz zu treffen Das ist ja so, und wenn ihr noch mehr überzeugt seid von unserem Gott Geht einfach auf www.holizon.net oder? Oder auch natürlich www.youtube.com Oder auch auf Facebook Yeah!